ja leute herzlich willkommen zu tag zwei hier aus spitzag ja schon 23 willkommen heute zu tag drei aus spitzag heute ist race day gestern war quali ist leider nicht so gut gelaufen naja heute neuer tag neues versuch neues glück und es regnet es hat auch die ganze nacht durch geregnet und heute früh beim training das training nehme ich euch jetzt mit war nicht so schön wie erwartet aber das jetzt noch mal drauf regnet schon mal wissen wird und wir geben das beste wir geben das was wir haben und jetzt schon mal wie es wird ich bin halb jetzt ich nehme euch mit aus träumen so Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 ist es frei? ja, es ist frei für dich? okay danke es ist vorbei ich glaube es wird der Call rechts oben bleiben von hier aus rechts ja genau ja, ist schon sketchy ich bleib hier stehen 4 Minuten, 10 Sekunden 4 Minuten 10 Sekunden 2.8 type 2 This is a plus almost 30 seconds Mistakes happened I guess